Mutter, Himmel, mein Vater, Erde, meine Mutter, Himmel, mein Vater, Erde, Wasser, Feuer und Luft, ich bin. Erde, meine Mutter, Himmel, mein Vater, Erde, meine Mutter, Himmel, mein Vater, Erde, Wasser, Feuer und Luft, ich bin. Erde, Wasser, Feuer und Luft, ich bin. Erde, Feuer und Luft, ich bin. Erde, mein Vater, mein Vater, alles, was ist. Lass dich ruhig, geh du mal rein. Sofort. Wir öffnen die Tore. Wir öffnen die Tore. Und heute, schaut hin, verbinden wir uns mit den Bäumen, mit der Ernte und holen die Ernte ein und bereiten uns vor mit der Energie für den Winter. Du kannst einmal Rückschau halten zu diesem Jahr. Was hast du bis jetzt geschafft? Woher holst du deine Ernte ein? Und wie ist dein Statement dazu? Wir öffnen jetzt die Energie, um nochmal bewusst die Fülle zu leben. Und heute zum Vollmond kannst du bewusst die Fülle einpacken und manifestieren. Das ist genau ein Punkt. Entschuldigung. Ich bin sehr stark. Untertitelung des ZDF, 2020 Also, ich lade dich ein, die Energie des Vollmondes aufzunehmen, bewusst die Fülle in dein Leben einzuladen und anzunehmen, denn es ist heute Erntezeit. Aho! Und noch eins. Und wenn ihr eure Chakren reinigen möchtet, könnt ihr noch einen Mantra singen. Und das singen wir jetzt zusammen. Erde, meine Mutter Himmel, mein Vater Erde, meine Mutter Himmel, mein Vater Erde, Wasser Himmel, Wasser, Feuer und Luft Ich bin Ich bin Und jetzt stell dir vor, wie die Energie durch dich fließt und du bist einfach nur und nimmst dein neues Ich an. Und gehst jetzt noch zehn Minuten in deine bewusste Stille. Aho! Wow. So. 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 Das war's für heute. 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 Wir haben viele Jahre vereint. Das war's für heute. Wir haben unsere Le 42 und anderen in der Maske. Wir haben unsere Leutung mit den 90m Straßen und nova Das war's für heute. So ist die Leutung. Wir haben die Ruhe von dem Heu See. Diesen Jahr, was hast du bis jetzt geschaffen? Woher holst du deine Ernte ein? Und wie ist dein Statement dazu? Wir öffnen jetzt die Energie, um nochmal bewusst die Fülle zu leben. Und heute zum Vollmond kannst du bewusst die Fülle einpacken und manifestieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also, ich lade dich ein, die Energie des Vollmondes aufzunehmen. Bewusst die Fülle in dein Leben einzuladen und anzunehmen. Denn es ist heute Erntezeit. Aha! Und noch eins. Wenn ihr eure Chakren reinigen möchtet, könnt ihr noch ein Mantra singen. Und das singen wir jetzt zusammen. Erde, meine Mutter, Himmel, mein Vater. Erde, Wasser, Feuer und Luft, ich bin, ich bin. Erde, Wasser, Feuer und Luft, ich bin, ich bin. Und jetzt stell dir vor, wie die Energie durch dich fließt und du bist einfach nur und nimmst dein neues Ich an. Und gehst jetzt noch 10 Minuten in deine bewusste Stille. Ahem! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.